Hallo, hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, was uns eigentlich alle immer beschäftigt. Es geht um das Geld. Wir Landwirte sind Unternehmer und Unternehmer tragen ein Risiko. Das Risiko, dass sie nicht genug Geld verdienen, das Risiko, dass sie sich an Gesetze anpassen müssen und das Risiko, dass sie mit dem, was sie kalkuliert haben, nicht zurechtkommen. Das ist richtig und das Unternehmerrisiko nehmen wir auch gerne. Nur was Teil dieses Risikos ist, das möchte ich euch kurz mal erklären. Und zwar geht es da unter anderem um den Milchpreis. Den Milchpreis, den wir bekommen von der Molkerei und zwar in unserem Falle einer Molkerei, die eine Genossenschaft ist. Bei einer Genossenschafts-Molkerei ist es so, dass wir als Unternehmer Anteilseigner und Risikonehmer sind. Das heißt, die Genossenschaft zahlt das, was sie erwirtschaftet, auch an uns aus, weil wir Besitzer dieser Firma sind. Und um einen kleinen Einblick zu bekommen, zeige ich jetzt mal euch den Verlauf und entsprechende Parameter von dem Milchpreis. Dieses Chart zeigt den Milchpreis der letzten vier Jahre bzw. fünf Jahre. Hier seht ihr Januar 2013 und dort ist Dezember 2017. Nun ist es so, dass die Kurve, hier rot dargestellt, immer rauf und runter geht. Hier haben wir zum Beispiel die große Milchpreiskrise und dort das Hoch des letzten Jahres. Nun geht es im Januar 2018 schon wieder deutlich nach unten und es weiß keiner, wo die Reise hingeht. Diese grüne Linie, das ist die Linie mit 35 Cent. Das ist das, was wir brauchen, um unsere Kosten zu decken. Und das hat eine große deutsche Bank aufgrund ihrer Daten ermittelt für einen Durchschnittsbetrieb mit 100 Kühen, einen Familienbetrieb. Wenn wir nun dies, was oberhalb dieser grünen Linie ist, nehmen und versuchen, dieses hier, was unterhalb der grünen Linie ist, abzudecken, dann stellt man ganz schnell fest, dass das sehr schwierig sein wird. Wenn wir nun die neuen Auflagen, die auf uns zukommen, auch noch erfüllen sollen, steigen unsere Kosten deutlich. Das heißt, es wird immer schwieriger, das Unternehmen entsprechend gewinnbringend aufzustellen. Die Gesellschaft fordert von uns. Und wir lassen uns auch gerne fordern. Bloß irgendwann ist der Punkt erreicht, dass man überfordert wird. Und wenn wir überfordert werden, dann werden viele Betriebe nicht mehr in der Lage sein, ihre Existenz zu sichern. Das heißt, sie müssen aufgeben. Und wie das so schön heißt, ohne muss nichts los. Wenn die Buchabschlüsse nicht entsprechend sind, gibt es keine Kredite von den Banken. Und wenn es kein Geld von den Banken gibt, tja, dann heißt das wohl Abschied nehmen von dem Traum eines Familienunternehmens. Darum, liebe Verbraucher, denkt dran, wenn ihr einkauft, kauft lieber Markenprodukte, wo für uns und unsere Molkereien die Rendite deutlich höher ist als bei den No-Names. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland mit einem kleinen Einblick in die Ökonomie der Milchviehhaltung. Das war's dann halt, denke ich.